So das war der eine Und das war der zweite Oh die Rettung Dann schaffst du das Irgendwie Was sagt dann Keine Sniper Scheiße Hör mal zu oben Und die Knarre liegt um hat So hat es wieder keine Kugeln Da ist ich da hinten Auf die Empfehlung Haut hin Wobei Der wollte einen Nachschlag haben So die Lagerhalle Ich glaube da sind wir richtig Das war die Musik Das war die Musik ist. Baut die Mund ihm an. Dann kann ich zumindest wieder fünfmal snappern. So, dann nehmen wir dann den Haupteingang. Au! Baut die Mund. 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 Scheiße, weil ich sie truffe. Gros ein Gegner nicht. Darf ich? Trifft der Miege? Mit der Renaten. Das muss sein. Freunde, Feuer frei. Hau sie aus dem Loch. Ich tigert holt. Tigert holt. Tigert holt ich. Tugermいて Freude. Tugenden dämten. Tugenden dämten. Tugenden dämten. das war die damit des hauses daher des hauses wobei das mangelt an kugeln den mir hosen wie schaut denn aus? keine spenden so, ich marschier mal her da hin kannst du doch nicht entscheiden tolles entschieden aha ich glaub die musik spät auch erinnert freunde, gib den tonn auf aha domat aber wenn du mich verrückt, bin ich ziemlich knapp bei kasse kommt da was für mich? scheiße, rego nix du so rum, ich schau den automat brauchst du ihn ein? schon, oder? geht schon mal so, das war der Typ mit dem Mantel der war deutlich schneller als ich da ist was, jawohl tja tja guck b Kumpelt Aber keine heilung so dass die weste der remus virus brauchen wir noch die informationen der markt chance ist nix ich da wieder mal besitzt wie meistens Aha! Wollt ihr nicht unten? Na gut, wollen wir den Lift? So, scheinbar sind die Informationen weiter unten. Verschaffen Sie die Zugang zum Computer. Da kann ich speichern. Geht aber. Ohne die Speichern bin ich aufgerufen. Aha, verstehe. Hey, Robin. Schnauze, Mann. Verstehe ich nicht. Wie schaut denn aus? Haben die in die Weste? Mein Angebot. Au. Oh. Da hat die Leute gut verzweigt. Geht um mich. Vielleicht nicht zu besser. Oh, die Leute gut. Das war der Kapo. Der steht da drum. Moment noch. Jetzt liegt da oben. So, das war wieder mal Fräulein Kalaschnikow. Da ist meine Weste. Ich habe so gesehen, dass sie mit dem war. Ich habe so gesehen, dass sie mit der Lady waren. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. aber hallo jetzt wird aber spendabel so im muss da sind wir richtig so freulein klatschig auf deine meinung ist frucht wobei da könnte man mal ein bisschen selber wertsachen wir wollen die wertsachen wobei hier steht noch und mein westen ist wieder pulverisiert besonders bringt nichts da läuft die ehrenrunden das war die terracotta auf mich Ja. Achso, war eh wieder. Der Typ aus der Matrix. So, wie schaut denn aus? Ein paar haben sich verabschiedet. Ein paar andere Mächte noch. Wer spricht hier? Da war er noch. Warte mal. Da ist er irgendwo. Er ist weg. Da war er. So, guck mal. Einen freien pulverisiert. Total schaumlos. So, er da hinten liegt, oder? Da gibt es ein bisschen Heilung. Lob ich mir. Aber, die Informationen, die verfluchten, die habe ich noch nicht. Ich sage mal, da rüber kann ich nicht fündig gehen. Wenn wir Glück haben. Da ist nichts. Da ist nichts geboten. Da ist nichts geboten. Da ist nichts geboten. Scheiße, da kämmen sie! Die kämmen und ich bin bei Kasse! Scheiße! Ich hab mich leider überruppelt. Mittendrin kämmen sie an alle Seiten. Das ist gut. Ich bin ja neu. Ich hab mich gerade ein bisschen vorstehen. So, das war der eine. Scheiße! Der war der zweite. Der bleibt jetzt mal draußen gehen. Jeden Deppen los nicht gehen. Schaut mal. Der an der oder? Den großen Ballermann. War auf jeden Fall nix. Und nehmt sie einen wie der nicht. Ich hab das raus. Wie? Wie geht es? Ich denke, du gehst gut. Schöne Treffen. Die Informationen. Wo ist der jetzt? Wo drin? Da war er. Das Remus hat das Virus zu tun, was ich wirklich nicht verstehe. Wenn ich das Remus verabschiede, dann wird das Remus verabschiede. Dann wird es auf der Welt verabschieden. Dann wird es sich selbst verabschieden, und in die ganze Zeit, das Romulus, Prometheus und Gemini wird die ganze Zeit, und die kleine Schleuchte der Schleuchten. So, das ist es. Remus ist nicht ein Organismus. Es ist ein Computer Virus. Warum soll das Schleuchten geschehen? Einmal Remus in den ganzen Welt, die Menschen, die Menschen und die Schleuchten und die Schleuchten. Die Schleuchten der Schleuchten kann die Schleuchten die Schleuchten die Schleuchten des Schleuchten des Schleuchten. Wir können die Schleuchten für den Schleuchten. Remus den Schleuchten der Schleuchten Wir können ihn mit dem Anfragen ausfragen, und mit dem Anfragen ausfragen. Bis dann, was er alles möglich ist.